recht herzlich willkommen zur 205 folge von towns ja sind wir ganz oben hier und gucken da noch mal nach weil wenn ich letztes mal im keller und sind wir danach zum schluss noch hoch gegangen könnte natürlich auch sein weiß ich jetzt nicht mehr auf jeden fall müssen wir noch ein bisschen weiter bauen gucken mal ob da ist blaue ja darunter ist auch bewusst das sollte also auch funktionieren und jetzt kommen wir mal das war ja noch ein paar sachen machen ja noch mal da 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 und so der ist davor das heißt wir müssen erst den setzen um dann das dahin zu kriegen aber das müsste ja eigentlich auch so funktionieren allerdings dann die der wenn der nachdem kommt und er aber nicht rüber laufen kann dann so da haben wir da den scarf und dann schiff das eben nicht gedrückt da ist auch wieder toll laufen machen wir da erstmal ein hin aber wir können ja auch so ein dahin machen und vielleicht geht ja auch okay der ist gesetzt worden läuft also und da da der ist müsste das eigentlich auch funktionieren ja das haben wir alles hier müsste noch einer hin geht aber wahrscheinlich nicht den können wir mal deleten oder auch destroyen einfach aus dem grunde weil der sowieso nicht weiter dahin geht der kann aber runter naja das war ja interessant ist der jetzt tot oder wo ist er geblieben weil gerade eben stand stand da noch jemand ja jetzt würde ich gerne nur die beiden machen wollen geht auch und ja was weg machen wir so okay das hat geklappt und wir kriegen wir den ein wahrscheinlich gar nicht da also wir brauchen und den biller noch nicht mehr bauen hat gesehen dass er noch besser oder war das reiner zufall dass es jetzt nicht an war okay das kann auch sein da muss dann eins gar vor dem der müsste schon an lockt werden weil immer oder nicht mehr und da müssen wir jetzt gucken wie wir den da hinkriegen glauben das problem dass der über die tür das nicht klappt so jetzt dann noch mal oder vor die tür ein hin und dann sollte das da oben drüber auch gleich klappen herkommen kann man kann es nicht ich glaube bis dahin können wir zu bauen und da geht auch meine da muss es sogar auch gehen das hat jetzt gut klappt man kann darunter ok da muss auch eine die ist weggegangen die person hier fehlt die tür noch mal aber dann machen wir mal das und da müsste auch das gehen ja wo kommt der stein hin dort ok da klappt ja dann können wir da noch einsetzen ich weiß nicht ob das da irgendwie noch funktioniert ich glaube nicht weil da die band ist ja das ist dann mal da mit an lockt zu machen und da auch dann kriegen wir das wohl noch hin müssen wir jetzt schon wieder ausgelaufen das haben wir so probieren ja das sieht gut aus und ich glaube wir kriegen das komplett das oder hin so das sollte alles funktionieren denn haben sie da weggenommen aber die nummer aktuell neu ok das hat gut geklappt wir machen wir jetzt mal so glaubt der skr voll dass er drunter sollte eigentlich einsetzbar sein so da ist er dort das müsste funktionieren und das ist ein stein zu weit weg kommen auch mal so und gucken was passiert hier schon super zugemacht das geht da und das jedoch da wohl das könnte schief gehen schauen wir mal wie das so funktioniert eigentlich müsste man die beiden erst machen lass uns mal gerade die beiden wieder weg machen und der vielleicht auch noch mal weg oder so hat auch einiges geklappt da meine ich natürlich und dann ist zu das heißt der kann auch weg an lockt dann können wir da auch ein stein hinsetzen spiele stop in pause ok können wir weiter laufen lassen nix weltbewegendes da kommen wir weiter da auch loch an der decke müsste gepflegt werden können hier genauso machen wir mal so und den einen wieder weg sollte eigentlich funktionieren machen wir noch mal hier noch was hin müsste da funktionieren können von da hoch laufen ja könnte klappen so nochmal den auswählen und dieser stein müsste auch gehen machen wir noch mal so und schauen wir weiter ok da ist einer gesetzt worden das heißt der davor geht jetzt auch das geht ok da ist jetzt endlich zugemacht worden hier fehlt aber ein skraven der da ist schon mal kaputt denn das träum den machen wir gleich an locker kummer der hat das pech gehabt dass da nichts mehr hinging und den stellen wir mal dahin mal falsche stelle wahrscheinlich ok hier ist noch ein bisschen kaputtes macht die beiden mal definitiv weg und den körper auch weg machen dann haben wir jetzt an locken macht mal blödsinn da so da so unlock und unlock der kann auch unlock die beiden sind okay die sind schon weg die ganze welt kaputt weg machen so schauen wir weiter wo man da und da weiß nicht wo ich den eingebaut habe ich glaube hier bei der tür so könnte gehen nach da fehlt noch einer den kannst du das treuern werden hier oben nicht gebaut der kann weg der auch und dann geht es gleich voran so das haben wir erreicht dahinter steht nur einer könnte also funktionieren dann läuft einer dahin und sitzt den dahin das ist auch okay so machen wir mal so könnte klappen oder ja ok der dahin dann der mal dahin in kann man locken machen Der müsste, oh, da haben wir was falsch gemacht, wie wir wieder sehen, sehr schön. Das Falsche ausgewählt, hm, kriegen wir jetzt nicht weg da. Super, ne? Das ist doof gelaufen. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Der Scarfold wird weggenommen. Den können wir anloggen. Und den? Ich glaube, der noch nicht. Passt mir nicht. Okay, ich glaube, das geht nicht, weil dahinter noch einer hin muss. Und da drauf dann einer. Jetzt haben sie irgendwo anderen einen weggeholt. Gut, der ist weggenommen worden. Dann können wir da einsetzen. Mach den mal anloggen. Und da muss noch einer drauf. Okay. Der fehlt noch. Dieser kann unlock. Müssen wir mal gucken, dass der eine da hinkommt, damit wir das noch fertig kriegen. So, wie sieht's hier aus? Ganz nett eigentlich. Müssen wir mal jetzt gerade, so, drei Stück machen wir da mal hin. Der kann weg. Unlock. Guck mal, schon geklappt hier. Das machen wir mal so. Hier hinten müsste es auch gehen, ne? Aber dieser könnte runterfallen, wenn die den falschen da sitzen, ne? So, der kommt doch runter, okay. Gut, das hat passend geklappt, den da hinzusetzen. Und hier müssen wir auch noch ein bisschen was machen. Guck, mach das so. Gucken, was passiert. Aber ne, das geht da nicht. Die beiden müssen auf jeden Fall weg. Beziehungsweise, naja, die auf jeden Fall. So, hier gerade gucken. Ja, der müsste jetzt weggehen hier. Und der, glaube ich, auch. So, dann setzen wir mal da drei hin. Sollte einigermaßen funktionieren, da. Ja, doch, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken, wie es klappt. Doch der von da, dieser müsste von den Dingen Scarfalls herkommen. Und da kann auch ein rein. Das müsste auch klappen. Da, definitiv. Das müsste alles gehen, aber wir müssen vorne die zwei wegnehmen, damit es wieder hochkommt, ne? Oder sogar nur der weg. Den machen wir kaputt. Okay, da fehlen nur noch zwei. Und da weiß ich nie, ja doch, der müsste da auch gehen. Aber der hier können wir abbauen. Der kann woanders hin. Gut, das sieht doch schon ganz prima aus. Aber ich würde jetzt auch sagen, wir gucken einmal noch nach unten. Wo wir da waren, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Wo waren die Kerzen, die wir ausgebaut haben? Das war nicht hier. Hier war das auch nicht. Hier auch nicht. Ah, hier war das. Oder? Ich denke schon. Ja, weil das ist ja hier das, was wir letztes Mal gemacht haben. Ja, dann schaufeln sie sich da ein bisschen durch das Gelände durch, ne? Hier sollen sie auch noch machen, aber hier passiert auch nicht ganz viel, denke ich. Ja, muss mal gucken. Hier ist schon ziemlich hohl. Und dann sind wir schon oben. Hier, wo das Essen und so gemacht wird, ne? Lass uns da mal gerade reingucken, wie es mit Essen aussieht. Ach, zwölf Brote, alles ist gut. Den Rest brauchen wir gar nicht angucken. Äpfel und Viren sind auch da. Und das ist prima. Gut, aber dann würde ich sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.